und herzlich willkommen bei Angry Birds Epic. Dieses Mal sind wir jetzt auf dem Kobalt-Plateau und wir sind gespannt wie diese Runde jetzt verlaufen wird, jetzt nachdem wir Chuck befreit haben. Und wir haben jetzt ein Messie, das war auch okay. Ja, und wir sollen einen Schub geben, weil er nicht so viel Algen hat. Gut, es scheint aber immer noch ein Tutorial zu sein. Aber hier ist wichtig. So. So. Was soll der eigentlich greifen? Ich sage ja. 3, 2, 3 Stimme, passt. Wir haben unsere Roller-Plateau. Und natürlich gibt es Glücksrad-Neubige komplett eine andere Richtung. Ich denke, wir fühlen uns sehr gut. Und wir sehen uns morgen die nächste Runde mit Chuck und... Wie heißt eigentlich der Rode? Das ist gut. Ich schreibe so meine Kommentare. Bis dann. Ciao, ciao.